Let's get ready to rumbo! Wir sehen hier Age of Empires 3 und zwar einen Cast zur deutschen Age of Empires 3 Liga. Feldherr Tobi gegen Agro Popcorn Liga 1 und ich darf das Ganze euch vorstellen und kommentieren. Und wir sind hier unterwegs bei der ersten von zwei Maps und sehen in der oberen rechten Ecke Agro Popcorn mit den Azteken in lila in der unteren linken Ecke haben wir Feldherr Tobi mit Portugal. Eine interessante Nation, die wir nicht so oft bei Feldherr Tobi sehen. Dementsprechend sind wir jetzt natürlich sehr interessant, wie dieses Match gespielt wird. Wir sehen auf beiden Seiten der Map die Handelsrouten, die genutzt werden können. Wir haben doch relativ viele Herden hier überall ein bisschen verteilt mit den Tapieren, die wir sehen. und dementsprechend auch das Gold und auch noch Kariben, die hier eingeboren sind. Schauen wir mal. So, hier wird direkt das Haus gebaut, klassisch beim Portugiesen. Ich freue mich drauf. Ich habe nur gehört, dass es ein sehr, sehr geiles Match gewesen sein soll. Deswegen freut mich jetzt, das Ganze hier kommentieren zu dürfen. Und ja, wir sehen jetzt hier Agro Popcorn, der schon losläuft mit seinem Pfauenfeder, der hier schön brennt. Finde ich auch nicht schlecht. Der gleich mal hier, äh, wahrscheinlich den einen oder anderen bekehren. Kann er bekehren als, äh, als Aztheke? Ich glaube schon, oder? Ja. Hat er sich den Piraten geholt. Und sie besiegen den, äh, Banditengewehr, äh, den Banditenblasrohrschützen. Und er hat hier auch eben schon seinen Adlerspeer. Und jetzt holen sie sich gleich noch 100 Münzen. Also, für die Schätze im ersten Age natürlich. Die Azteken eine wunderbare und sehr schöne Wahl auf jeden Fall. Und Agro Popcorn spielt ja auch die Azteken wirklich sehr hauptsächlich. Also, da kennt er sich gut aus. Damit spielt er gut. Schauen wir mal, was das für Folgen haben wird. Fällt der Tobi auf der unteren Seite. Versucht sich, wie auch, einen Schatz zu holen. Macht das sehr exzellent. Er schießt den hier raus. Und gleichzeitig tötet er Stück für Stück den anderen Jaguar. Bekommt damit so wenig Schaden, wie es einfach geht. Nähert sich jetzt aber auch wieder dem Schatz an, dass er nicht gestohlen werden kann. Das ist ganz wichtig. Und holt sich damit 70 Holz. Relativ einfach, easy, gut gespielt. Und ja, die 70 Holz sind nicht zu unterschätzen. Er hat jetzt 170 Holz auf dem Counter. Theoretisch könnte er einen Marktplatz bauen, der Tobi. Und wenn er dann noch 10 Gold schnell hackt, dann könnte er sich sogar sofort die Jagdhunde holen. Bin gespannt, ob er andere Pläne mit dem Holz hat, weil er macht es noch nicht. Ah ja, ich sehe schon seine Pläne. Er holt sich weiterentwickelte Handelsposten. Dann sind die Handelsposten 40% billiger. Das heißt, er wird wahrscheinlich dann die 170 Holz dann direkt auch für einen Handelsposten nutzen und holen. So, jetzt ist aber Tobi ein bisschen in der Bedrängnis. Muss ich ein wenig zur Seite gehen, zur Seite spielen. Wird hier so in Richtung Mitte wieder weggedrängt von Agropopcorn mit seinem Kundschafter, mit dem Adlerspeer und natürlich auch dem Piraten, der hinterherläuft. Dementsprechend wird Tobi jetzt davon abgehalten, irgendwelche Schätze noch zu holen, die man natürlich gerne holen möchte. Aber in der Zeit kann das auch nicht der hat's Theke machen. So, wir sehen, jetzt kann gleich Tobi agen, hat gleich 800 Nahrung bei Minute 2, 29, 2,30. Ah, 2,31. Zack, da kommt das Age ab. Sehr stark gemacht. Schauen wir mal auf die andere Seite. Agropopcorn. Der braucht nochmal 100 Nahrung, bis er agen kann. Holt sich jetzt hier aber wieder entspannt einen weiteren Schatz. Er hat jetzt damit schon ziemlich viel Münzen auf seinem Konto. Und Tobi baut jetzt eben, wie angesprochen, dann schon den Handelsposten mit dem Holz, das er gesammelt hat. Er hat auch durch den Schatz, deswegen konnte er den einfach direkt bauen, musste nicht groß abwarten. In der Zwischenzeit geht er jetzt natürlich stark auf Holz. Und, äh, ja, holt sich hier, denke ich, diese Herde auch ran. Genau, er schießt die Herde auch sehr schön. Es sind zwei Herden, die wird er beide, denke ich, jetzt ein bisschen ranschießen. Jawohl, wir erleben es live mit. Und, wunderbar, also hier sehen wir ein gutes Dribbling der Tapire, um sie, äh, zum Zentrum zu führen, um damit, äh, am Dorfzentrum alles verteidigen zu können. Er könnte jetzt hier oben links noch eine weitere Herde ranholen, dann hätte er drei Stück und hat damit fürs erste ausgesorgt. Wie sieht's bei dem Azteken aus, bei Agropopcorn? Hier haben wir noch einen Schatz, den hat er nicht genommen. 25 Münzen ist nicht viel, aber, wieso nicht, nimmt man doch eigentlich gerne mal. Äh, geht auch aktuell stark auf Holz. Ist auch nicht viel, äh, hinter Tobi beim Agenten, also das läuft auf jeden Fall ziemlich parallel. Tobi hingegen nutzt das Holz jetzt eben auch direkt schon wieder für den zweiten Handelsposten, der eben billiger ist. Er hat einfach diese Karte, die er ausnutzt. Wir schauen uns mal die Decks an, vor allem. Er hat hier wirklich mit den beiden entwickelten Handelsposten gestartet, äh, nicht Pelzhändler oder so. Hat ansonsten sehr viel Holz, Münzen, Amroschützen, äh, Musketiere. Oh, er hat auch sechs Spione im Deck, okay, interessant. Und hier, äh, Upgrade für Schießpulver-Einheiten. Er hat den Gewürzhandel dabei, finde ich super. Und das Haus Braganca. Okay. Ansonsten so eine Mischung im dritten Age. Aus Wirtschaftseinheiten, aus Militäreinheiten, bisschen Holz, Söldner. Für das Age-Standard. Okay. So, zweites Dorfzentrum kommt schön defensiv neben das erste. Kann damit auch weiterhin diese Herden hier gut schützen vor Angriffen. Der Kundschaft nutzt jetzt die Zeit, greift so ein bisschen das Dorfzentrum an. Das sollte aber kein großes Problem sein. Während Tobi sogar mit einem Dorfbewohner, mit einem Siedler hier, den dritten Handelsposten unter Kontrolle holt. Meine Güte. Jetzt, äh, legt er es aber wirklich darauf an und wird versuchen, wahrscheinlich auch noch schnellstmöglich, den vierten zu bekommen. Ich denke mal, dass der Kundschaft da schon da hinläuft. Das ist das große Ziel von Felder. Tobi hat gleich das Holz dafür. Und, äh, ist natürlich eine riskante Spielweise. Er baut jetzt die Kaserne. Baut jetzt auch übrigens erst den Marktplatz. Also, natürlich kann man auch sehr früh Marktplatz bauen, aber indem er jetzt natürlich schon die Handelsposten sichert, hat er natürlich einen großen Vorteil. Erstens kriegt er ordentlich EP, sodass er sich hier wichtige Karten schicken kann. Zweitens kann er dann langfristig, wenn er teilweise mal auf einer Seite auf Postkutsche geht, ähm, das ganze Umstand bekommt, Ressourcen. Aber hier hat es jetzt den Piraten erwischt. Das Dorfzentrum wurde ein wenig beschädigt. Hat, ja, 1500, 1600 Lebenspunkte weniger, als es normalerweise hätte. Dafür hat jetzt, äh, Agro-Popcorn schon erfolgreich gesorgt. Und jetzt kommt ein erster Angriff von Puma-Sperrkämpfern, die natürlich auch ganz guten Belagerungsschaden machen. Ich glaube, damit will er dieses erste Dorfzentrum direkt vernichten. Tobi hingegen, was macht er? Was schickt er sich? Er schickt sich... Er schickt sich Holz. Ne, er bricht das Holz ab und schickt sich jetzt die acht Armbruchsschützen. Hat nur einen einzigen Armbruchsschützen aus der Kaserne rausbekommen. Tobi, das geht nicht. Das ist jetzt ein Problem für ihn. Wenn das so weiterläuft, dann verliert er dieses zweite Dorfzentrum, was natürlich schon kritisch ist für einen Portugiesen. Währenddessen baut er aber in aller Ruhe. Wir sehen es auf der Minimap unten rechts. Den vierten Handelsposten, das ist unfassbar. Jetzt bin ich sehr gespannt. Die Armbruchsschützen brauchen noch eine halbe Umdrehung. Reißende Händler kommen dann auch noch. Zack, da ist das Dorfzentrum down. Die Dorfwohner müssen sich zurückziehen. Er verliert keinen Dorfwohner. Der eine Armbruchsschütze steht da so ein bisschen auf verlorenen Posten. Äh, die Frage ist... Tobi hat aktuell scheinbar... Ja, Tobi hat nicht die Ressourcen, um neue Armbruchsschützen zu bauen. Und er holt sich jetzt mit einem guten Timing Minuteman. Und jetzt kommen gleich die Armbruchsschützen. Zack, zack. Und die Sperrkämpfer müssen weg, denn die Sperrkämpfer würden diesen Fight jetzt verlieren. Wobei, mittlerweile sind Otontien-Schleuderer da. Und zwar gar nicht mal so wenige. Elf Stück. Aber ich denke, es macht schon trotzdem Sinn, jetzt hier wegzugehen. Dorfzentrum schießt ja immer noch. Und man kann warten, bis die Minutemen wieder schwächer sind und dann eigentlich wieder angreifen. Aber der hat's ziel gemacht hier, Frühdruck. Hat jetzt hier natürlich auch schon seinen Vorposten gebaut mit der Kriegshütte. Und wir sehen hier wirklich ein offensives Spiel von Agropopcorn. Tobi in die Ecke gedrängt. Aus der Defensive heraus. Muss er versuchen zu agieren. Hat jetzt eben schon die Schwäche mit einem Dorfzentrum weniger. Kann nicht so boomen, wie man das kennt. Aber hat eben die Handelsposten grundsätzlich. Und holt sich hier sogar schon eisernes Lama. Also er hat schon sozusagen die Postkutsche, die hier ein bisschen anders heißt. Und holt sich jetzt schon das letzte Upgrade. Also wird wirtschaftlich mit zwei Handelsposten stark unterwegs sein. Das gibt ihm eine gute Wirtschaft. Aber er steht die ganze Zeit unter dem Pressing, unter dem Druck von Agropopcorn. Und wir sehen hier die ganze Zeit die Truppen, die reinmarschieren. Wir sehen die Otontien-Schleuderer, die jetzt natürlich in der Masse überlegen sind. Und diese Ambroschützen einfach vernichten können. Auch wenn es knapp wäre. Das Dorfzentrum schießt natürlich immer noch für Tobi. Dementsprechend läuft es noch. Aber Tobi kann gerade die ganze Zeit mit seinen Dorfbewohnern nichts sammeln. Hat hier elf unterhältige Dorfbewohner im Dorfzentrum drin. Das Holz wird eingesammelt. Er hat insgesamt sehr wenige Dorfbewohner. Wenn wir das mal vergleichen. Agropopcorn hat 19. Tobi hat nur 13. Naja, konnte er nicht viel ausbilden. Aber er hat die vier Handelsposten. Das muss man mal so sagen. Das sind sehr, sehr viele Dorfbewohner. Und damit müsste wirtschaftlich Tobi eigentlich wieder vorne sein. Und hier nutzt er jetzt ja auch schon die zwei Handelsposten mit der Eisenbahn, um sehr schnell an Ressourcen zu kommen. Ich gehe davon aus, dass er das hier auf der linken Seite auch noch machen möchte. Er hat schon die Postkutsche sich geholt. Und wird jetzt denke ich auch noch, sobald er die Ressourcen hat, das Eis an der Lama... Oder er braucht ja gar keine Ressourcen. Das kann er einfach so machen. Das Eis an der Lama holen. Dafür war ja dieses Upgrade gedacht. Weiterentwickelte Handelsposten. So, jetzt holt sich Tobi tatsächlich die Truhe mit Münzen. Er will... Er will H3 spielen. Denke ich mal. Das Problem ist, ihm fehlt einfach die Nahrung. Er kann keine Dorfbewohner ausbilden. Er kann keine Armee ausbilden. Ja doch, er bildet sogar ein bisschen Armee aus. Aber nicht vollständig. Also keine fünf Truppen. Und... Ah, der Arztheke setzt ihn weiter unter Druck. Schiebt hier weiter vorwärts. Kann auch seinen Helden wieder retten hier. Das war gerade sein Ziel. Mittlerweile hat Tobi aber doch eine bemerkenswerte Anzahl an Armbruchsschützen. 18 Stück. Damit kann er die Angriffe hier jetzt auf jeden Fall erstmal entspannt wieder abwehren. Und kann sich, denke ich, darauf fokussieren, die Nahrung zu sammeln. Wenn er wirklich agen möchte. Allerdings hat er, wie gesagt, sehr wenige Dorfbewohner, die was einsammeln können. Dafür aber bekommt er gerade durch diese ganzen Handelsposten eine ganze, ganze Menge. Und was holt er sich denn hier? Holz. Also er hat beide auf Holz gestellt. Er sammelt sehr, sehr viel Holz. Ich gehe davon aus, ähm... Okay, für was hat er das Holz ausgegeben? Für Häuser. Okay, er will Häuser bauen, alles klar. Er schickt sich nochmal sechs Musketiere. Tobi, er will hier ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Rechnet jetzt mit den Angriffen. Und die Angriffe kommen ja immer wieder. Wir sehen, Agropopcorn kriegt hier immer mal wieder einen Siedler, den er raussnipen kann. Den er abgeschossen bekommt. Er kriegt hier sozusagen den einen oder anderen Treffer. Aber er kann damit noch nicht das Spiel entscheiden, meine Damen und Herren. Während Tobi hier, äh, sich noch super stark verteidigt, baut die Wirtschaft aus. Währenddessen, äh, äh, holt sich die Handelsposten. Ja, und, äh, Agropopcorn merkt nicht, dass auf der Flanke gespielt wird. Er merkt nicht diesen Winkelschachzug mit den zwei Flanken, die Tobi fest unter Kontrolle hat. Äh, 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 oder vielleicht, schauen wir mal kurz. Doch, er weiß auf jeden Fall, dass da was ist oder sein könnte. Aber er konzentriert sich natürlich vollkommen auf Feldherr Tobi und den Angriff hier. Mittlerweile sehen wir auch schon Totenkopfritter beim Azteken. Was holt der sich denn? Er hat übrigens, äh, er bildet nach wie vor Kriegspriester aus. Er holt sich jetzt die Koyotenläufer. Das ist natürlich eine super Aktion gegen Armbrorschützen und auch gegen, äh, Siedler. Zum Raiden ist das eine tolle Sache. Tobi hingegen entscheidet sich scheinbar, ähm, doch gegen H3. Und baut jetzt erstmal ordentlich Armee. Ist, denke ich, auch der richtige Weg, denn er muss sich einfach verteidigen. Jetzt denkt Akropon mal so weit, dass da Handelsposten sein können, die er jetzt angreift. Das sehen wir jetzt hier auch. Jetzt entdeckt er ihn, greift ihn erstmal in aller Ruhe an. Und, ja, Tobis Armee ist natürlich out of position, kann diesen Handelsposten damit nicht retten. Die Frage ist, was macht Tobi? Bleibt er defensiv in seiner Base oder drängt er raus oder macht einen Gegenpush? Was macht er jetzt? Tobi zeigt seine Stärke als Kavalleriespieler, holt sich Nahkampfkavallerie. Es sind jetzt zwar nur zwei Husanen, aber wir kennen den Dribbler, den, äh, ja, Künstler. Da fällt Herr Tobi mit Kavallerie. Was der mit Kavallerie anstellt, das ist immer ein Meisterwerk. Deswegen erwarten wir natürlich Großes von diesen zwei Husanen. Währenddessen verliert er einen Handelsposten, eine wirtschaftliche Quelle, die sehr wichtig für ihn ist mit diesem, äh, Siedlerrückstand. Tobi hat jetzt 16 zu 26. Zehn Siedler weniger, aber immer noch drei Handelsposten. Tobi ist kurz davor, einen Siedler zu verlieren. Merkt er es oder merkt es nicht? Ah, er muss es nicht mal merken, denn Agropopcorn entscheidet sich zum Rückzug, wenn die Armee kommt. Er hätte vielleicht noch zwei Schläge machen können, dann wäre der Siedler tot gewesen, aber er hat sich lieber für die sichere Variante für seine Koyotenläufer entschieden. Alles klar. So, wieso greift jetzt Agropopcorn nicht den zweiten Handelsposten an? Er marschiert hier wieder ein bisschen mittig. Wieso nicht auf den zweiten Handelsposten gehen? Tobi, was macht Tobi mit der Kavallerie? Tobi war hier gerade mit der Kavallerie, Agropopcorn musste sich mit den Dorfbewohnern zurückziehen. Tobi hat indes keinen Husanen verloren, kann jetzt hier schön weiter Druck machen und hat jetzt mittlerweile auch eine schöne Armee gebaut, die er nicht irgendwie rausschickt, die er schön defensiv hält, die er weiter stärkt, mehr Truppen macht. Hat jetzt auch hier schon vier Husanen nochmal und versucht hier wieder raiden zu gehen. Wir sehen also wieder die Stärke von Tobi, er geht raiden, kriegt hier eventuell einen Siedler. Ja, Agropopcorn merkt es nicht, Agropopcorn verliert einen Siedler, damit einen, ja, Ausgleich könnte man sagen, so ein bisschen für Felder. Tobi, er kann jetzt so ein bisschen den Druck auf der anderen Seite erhöhen und wir sehen das mit zwei Husanen. Er verliert jetzt zwar einen Husanen, aber versucht jetzt hier auf jeden Fall noch einen Dorfbewohnern mitzunehmen und den bekommt er auch noch. Zack, wird jetzt wahrscheinlich den, ja, auch noch verlieren, aber hat mit zwei Husanen ein bisschen Druck gemacht, hat ein paar Siedler angegriffen. Und Agropopcorn entscheidet sich dagegen, den Handelsbosten völlig zu vernichten. Er hätte es fast geschafft, er hatte zwei Drittel erledigt, aber er sieht, dass Felder Tobi jetzt tatsächlich zum Push ausholen und Agropopcorn möchte wohl nicht die Kriegshütte verlieren, beziehungsweise denkt sich, das ist doch ein guter Kampf für mich, unter der Kriegshütte zu kämpfen. Tobi weiß das, sieht die Armee andrücken, zieht sich wahrscheinlich zurück, oder? In dem Moment kommen streunende Jaguarritter, die die Armee binden wollen, das nutzt natürlich Agropopcorn, kommt mit der Armee hinterher und möchte jetzt hier einiges von Tobi vernichten. Das macht Agropopcorn sehr stark, Koyotenläufer und Jaguarritter können hier diese Armee binden, können richtig viel vernichten, während die Hauptarmee hier hinten ist. Aber Tobi will mit Husanen reinreiten, die Puma-Sperrkämpfer stehen, aber dort können den Husanen bekommen, also Agropopcorn reagiert sehr gut, während er vorne mit den Otontien-Schleuderern die gelbe Armee von Tobi zurückschlägt. Was für ein spannendes Match, meine Damen und Herren. Und auch wieder hier Pfauenfeder mit wenigen Lebenspunkten, wird hier noch mitgefightet, stirbt jetzt aber, 100 EP für Gelb, für Feldherr Tobi, der nach wie vor drei Handelsposten sich sichern kann, nach wie vor hier aus drei Handelsposten Ressourcen bekommt, Münzen und alles, was er braucht, das ist doch mal hilfreich. Die Fights hat er jetzt ganz gut geführt, der Tobi, aber auch Agropopcorn, da kann man jetzt sich nichts nehmen lassen. Aber wir sehen wieder mal eine Raid-Action von Feldherr Tobi, er kommt wieder mit drei Husanen und will raiden gehen, das ist auf jeden Fall eine starke Sache. Agropopcorn könnte mal zwei, drei Sperrkämpfer hinten einfach stehen haben, um das Ganze abzusichern. Wir schauen mal, was sieht denn Feldherr Tobi? Schauen wir das mal kurz aus Feldherr Tobis Sicht an. Er hat jetzt seine kleine Armee, hat vor allem mittlerweile sehr viele Musketiere, weniger Armbruchschützen, ist also nicht mehr so anfällig für Koyoten oder ähnliches. So, jetzt will er wieder raiden gehen, die Kriegspriester greifen ihn ein bisschen an, da kann jetzt Tobi nicht so viel ergattern, denn die Kriegerpriester können natürlich auch Schaden machen. Und er will aber den einen Kriegerpriester, der kann aber eingequartiert werden und Tobi verliert gleich seinen Husan, noch einen Schuss und der Husan ist tot. Ja, jetzt, da ist der Husan tot, er hat keinen großen Schaden machen können, das war jetzt nicht so super, aber er konnte jetzt einen Dorfbewohner wieder töten. Also, Tobi sorgt für Action, aber die Dorfbewohner plus die Kriegerpriester töten jetzt die Husan, wobei Agropopcorn nochmal einen Dorfbewohner, einen Siedler hier verliert. Während er jetzt aber endlich diesen zweiten Handelsposten von Feldherr Tobi aus dem Spiel nimmt und damit haben wir die Flanke nicht mehr unter der sicheren Hand von Feldherr Tobi. Tobi hat damit die Hälfte seiner Handelspostenwirtschaft verloren. Und hier unten war ein Koyote, interessant. Schauen wir mal wieder alle, die ganze Fläche an. Also, Agropopcorn hat das jetzt hier unter Kontrolle, holt sich sogar selbst einen Handelsposten. Macht absolut Sinn für Agropopcorn, das jetzt so zu spielen, denn die Eisenbahn ist ja schon da, da hat sich ja Tobi drum gekümmert. Wenn Agropopcorn sich jetzt einfach die Handelsposten holt, dann ist das unfassbar stark von ihm. Während Feldherr Tobi aber denkt, er muss jetzt pushen, greift er jetzt hier auch den Außenposten an, die Kriegshütte. Agropopcorn kommt mit seiner Armee zu spät, kann damit nicht mehr unter der Kriegshütte pushen. Dementsprechend gute Aktion von Feldherr Tobi, kann diese Gefahr erstmal hier bannen, während er immer noch zwei Handelsposten hat. Wie sieht es aus mit Dorfbewohnern? 35 zu 23. Also, wir haben sehr viele Dorfbewohner bei Agropopcorn und eben aber noch die zwei Handelsposten bei Tobi. Es ist eine sehr knappe Angelegenheit, da ist noch nichts entschieden, ist noch alles möglich. Ich bin sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird, meine Damen und Herren. Tobi will sofort wieder den unteren Handelsposten bauen. Er hat nämlich auch das Holz, habe ich gesehen. Er hat 481 Holz jetzt immer noch, obwohl er schon den Handelsposten baut. Und er schützt so ein bisschen seinen Kundschafter mit den Husan, glaube ich. Während Agropopcorn sich hier oben den Handelsposten holt. Ja, und Agropopcorn beginnt jetzt hier oben auch die Handelsposten einzureißen. Ich glaube, ihm wird jetzt erst so richtig bewusst, wie stark Tobi schon die ganze Zeit auf Handelsposten gegangen ist. So, jetzt kommt ein bisschen Ruhe rein. Die Armeen sind sehr parallel jetzt, äh, oder diagonal gegenüber so ein bisschen. Einmal greift uns hier oben den Handelsposten an. Tobi sucht, ja, sorgt hier für ein bisschen Sicherheit auf jeden Fall. Und könnte diesen Handelsposten von Agropopcorn natürlich wieder angreifen. Aber er will natürlich auch wieder raiden gehen. Die Dorfbewohner von Agropopcorn müssen sich zurückziehen. Hat er das gesehen? Ja klar, er hat durch den Handelsposten gesehen, dass da Husan gekommen ist. Dementsprechend konnte Agropopcorn sehr früh reagieren. Eine sinnvolle Aktion von Seiten Agropopcorns als Trainer der Azteken hier. Hat er die klare Anweisung gegeben, sich zurückzuziehen, zurückzuhalten und nicht weiter das Holz hier zu hacken. Aber ein Dorfbewohner geht trotzdem down, ein Siedler. Und jetzt kommt Tobi sehr aggressiv mit sehr vielen Husan. Da ist die Frage, kann der Agropopcorn dagegen halten, wenn Tobi raiden möchte? Natürlich mit seiner Hauptarmee. Wobei diese Hauptarmee nicht mehr so groß ist. Agropopcorn, man sieht es, ich glaube er möchte Aachen. Er hat sehr viel Nahrung angesammelt, aber ihm fehlt noch das Gold. Er schickt sich aber aktuell Holz. Spricht er weniger fürs Aachen. Er könnte sich nochmal 600 Gold auch schicken. Hier kommt es jetzt zu einem kleinen Fight. Koyotenläufer gegen Husare. Den Fight könnte aber Tobi für sich gut entscheiden. Aber es kommen weitere Koyotenläufer und die große Armee von Agropopcorn. Kommt, spätestens jetzt muss ich Tobi zurückziehen. Verliert aber nochmal einen Husan, oder? Ja, der geht noch down. Und hat hier nochmal ein bisschen Schwächung. Lässt auch einen Husan zurück, um den Rest zu schützen. Na, zwei Stück. Da hat er doch jetzt einige Husan verloren, muss man sagen. Eine kleine Schwäche von Tobi wiederum. Der versucht mit seinem Kundschaft hier ein bisschen Schaden zu machen. Ähm. Kommt sogar mit Pikinieren. Das ist mal eine sinnvolle Wahl des Trainers. Fällt Herr Tobi bei seinen, äh, Portugiesen. Bei seiner Mannschaft, dass er jetzt die Pikiniere einwechselt. Einfach um die Pikiniere zum Einreißen des Handelspostens zu nutzen. Leider ein unglücklicher Zustand für Tobi. Denn in dem Moment treffen die eingewechselten Pikiniere auf Agropopcorns Armee. Die Pikiniere müssen sich damit eigentlich zurückziehen. Sie tun es aber nicht. Doch, sie tun es. Agropopcorn kriegt aber, denke ich, einen Schlag ab. Kann sie ein bisschen slowen. Aber ob das reicht? Er wird wahrscheinlich einen Pikiniere vernichten können. Ja. Ne, es ist der Kundschaft da. Ah, shit, die Pikiniere. Ah, sie bleiben stehen. Aber es ist sehr schwierig. Wenn er die Pikiniere einzeln auswählt, kann er damit fliehen. Der Kundschaft da slowt die gerade ein bisschen. Ja, wobei, es ist unfassbar. Diese Pumasperrkämpfer slowen diese Pikiniere gerade. Er könnte die restlichen Pikiniere einfach wegziehen. Aber Tobi nutzt die Chance, greift mit der Armee an, während Agropopcorn ein bisschen out of position steht. Und auch gar nicht mehr so eine riesen... Ja, doch, er hat noch eine gute Armee. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Agropopcorn mit 41 Dorfbewohnern. Was haben wir jetzt? Fällt der Tobi mit 29 Dorfbewohnern. Bei der Age 2 nach wie vor. Ja, Agropopcorn wäre kurz vorm Aging. Muss ich jetzt aber wieder für Truppen entscheiden, glaube ich. Tobi kommt jetzt mit seiner gesamten Militärstärke. Er hat sehr viele Hussaren mittlerweile. Wir sehen aber auch einige Kojotenläufer, Autontinschleuderer und natürlich auch die Pumasperrkämpfer. Aber die Pumasperrkämpfer ein bisschen out of position. Wenn jetzt die Hussaren in die Autontinschleuderer reingehen und die Hauptdarmie von Tobi kommen, dann könnte es für Tobi ein guter Fight werden. Aber die Hussaren werden abgewehrt. Sehr elegant von Agropopcorn mit seinen Kojotenläufern. Es kommen auch nochmal fünf Kojotenläufer raus. Die kriegst du, das schießt für Agropopcorn. Er kann dementsprechend das ganz gut fighten. Tobi bildet weiterhin Musketiere aus zwei Kasernen aus und aus einem Stall auch noch Hussaren. Den Fight hier vorne macht Tobi sehr gut. Er kann ein paar Kojotenläufer bekommen. Beide stehen sich jetzt sehr stark gegenüber. Wir sehen jetzt hier auch viele Dorfbewohner von Agropopcorn. Aber die kann er schützen mit genügend Truppen. Da kann Tobi nicht rein. Ganz im Gegenteil, er verliert sogar einen Hussaren. Das war jetzt nicht so gut gemacht. Jetzt versucht er seine Armee wieder ein bisschen zusammenzubringen. Und ja, sehen wir jetzt den großen Fight. Es ist immer noch so ein bisschen geplänkelt. Aber Tobi denkt sich, er will noch nicht angreifen, glaube ich. Vielleicht wartet er nochmal auf Unterstützung. Er zieht sich tatsächlich nochmal zurück, der Tobi. Er zieht sich nochmal zurück. Tobi nach wie vor 31 Dorfbewohner, Agropopcorn 44. Also nach wie vor große Überzahl an Dorfbewohnern für Agropopcorn. Tobi mit zwei Handelsposten. Na, beziehungsweise jetzt aktuell nur noch mit einem Handelsposten vorne im Vergleich zu Agropopcorn. Also gar nicht mehr so groß. Dementsprechend sollte Agropopcorn eigentlich wirtschaftlich ein bisschen vorne sein. Mit der Anzahl an Dorfbewohnern. Wobei jetzt natürlich mittlerweile die Karte auch abgegrast wird. Wir sind bei 18 Minuten gleich. Ah, schwierig, schwierig. Ah, hier oben sind noch einige Dorfbewohner, die holt sich jetzt Agropopcorn. Äh, einige Nahrung, die holt sich jetzt Agropopcorn. Und hier in der Mitte. Aber da sind eben die Truppen, da kann keiner so richtig holen. Und hier unten ist es auch sehr gefährlich, weil da könnten die Gegner kommen, könnten Raiden, könnten Action machen. Das ist natürlich eine gefährliche Angelegenheit. Ich denke, es wird jetzt alles auf den finalen großen Kampf hier hinaus laufen. Denn es ist super knapp gerade. Die Wirtschaft ist knapp bei denen. Und es wird jetzt darauf ankommen, wer den Fight jetzt hier besser macht. Ich denke, das könnte spielentscheidend sein. Die, äh, ja, wichtige finale Aktion, die wir hier jetzt gleich sehen könnten. Tobi will verhindern, dass Agropopcorn hier in Andelsbosten baut. Kann mit den Hussaren damit einige Dorfbewohner töten, die ein bisschen out of position stehen. Das sind drei, vier, fünf, sechs Stück. Da werden jetzt sechs Dorfbewohner sterben. Das hat Agropopcorn nicht sehr gut gemacht. Muss man einfach an der Stelle so sagen. Er verliert damit gerade seinen Vorteil gegenüber, äh, Feldher Tobi. Mit dieser enormen Überzahl an Dorfbewohnern. Er hat halt die ganzen Dorfbewohner verloren. Und Tobi sichert seine Dorfbewohner aber ab. Sichert die Flanken ab. Muss jetzt mit seinen Hussaren zurück. Verliert wahrscheinlich einen Hussaren auf jeden Fall. Der Rest, denke ich, kann fliehen. Das war jetzt auf jeden Fall eine gute Aktion von der gelben Seite von Feldher Tobi. Ach ja, zwei Handelsposten. Zu zwei Handelsposten hätten wir jetzt bald, wenn diese Handelsposten fertig wird. Er hat aber nur noch 340 Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Und hier haben wir jetzt die Armeen. Und Tobi schützt jetzt hier eben seine Dorfbewohner, die hier drüben noch, äh, die Nahrung sammeln. Und jetzt kommt's, kommt's zum Fight. Ja, Tobi zieht sich nochmal ein bisschen zurück. Fightet mit Musketieren. Wenn jetzt die Hussare schön in die Otontinschleuderer kommen, das versucht natürlich Agropopcorn hervorragend zu verhindern. Aber wenn jetzt diese ganzen, äh, äh, Truppen in der Mitte einfach rausgeschossen werden, und das werden sie, dann sind die Otontinschleuderer jetzt schutzlos, der den Hussaren ausgeliefert. Es kommt nochmal für den Speerkämpfer. Aber ist das genug, meine Damen und Herren? Ich glaube nicht, dass das genug ist. Das sieht gerade sehr gut aus für Gelb, für Feldher Tobi. Es kommen noch mehr Hussare von unten. Die Otontinschleuderer werden jetzt von allen Seiten überrannt. Feldher Tobi kann jetzt hinterher pushen. Es sieht sehr ungünstig aus für Agropopcorn. Er kann ihn jetzt verfolgen. Er kann ihm so viele Truppen auf dem Rückzug vernichten. Tobi nutzt auch nochmal seine Pikiniere, um zu slowen, um hier die Chance zu nutzen, um mit dieser Masse an Hussaren reinzugehen. Meine Güte, was für ein guter Move von Feldher Tobi. Exzellent gespielt. Und Agropopcorn einfach zu wenig Schutz gehabt für seine wichtigen Otontinschleuderer gegen die Infanteriearmee von Gelb. Die Hussare räumen hier ganz gut auf, wobei er mittlerweile doch sehr viele Puma-Sperrkämpfer hat, die er noch nach vorne schicken kann. Aber fast alle Otontinschleuderer sind tot. Jetzt kommen nochmal sehr viele Sperrkämpfer hier raus. Er wird vielleicht die Kavallerie vernichten können von Tobi. Aber die Hauptarmee von Feldher Tobi, die wird diesen Kampf ganz klar gewinnen. Die Musketier- und Armee über Macht wird diesen Fight hier gewinnen können. Die Hussaren gehen down. Aber die Masse von Tobi müsste immer noch gut genug sein, um diesen Fight hier zu gewinnen. Feldher Tobi bei 36 Dorfbewohnern, 97 Bevölkerung. Agropopcorn nur noch 55 Bevölkerung bei mehr Dorfbewohnern. Wir sehen also, Agropopcorn hat keine Armee mehr. Tobi hat die deutlich größere Armee. Gewinnt den Fight. Und die Frage, gewinnt er damit das Spiel? War das schon der spielentscheidende Move, den wir hier gesehen haben? Die spielentscheidende Schlacht? Tobi kann jetzt hier vorpushen. Hat wieder 5 Hussaren. Damit kann er den Rest an den Torn- und Torn-Hinschleuderer ohne Probleme einfach noch niederbalzen, vernichten. Ähm, gar kein Problem für ihn. Und, äh, kann jetzt hier so ein bisschen hinterher marschieren. Und dann haben wir gleichzeitig auch noch, ähm, ja, die Kriegshütte, die er angreifen könnte. Er entscheidet sich aber, glaube ich, eher dagegen und will schauen, ob er hier Dorfbewohner bekommt. Da läuft jetzt gerade ein bisschen ins Leere. Hier oben sind keine Dorfbewohner. Hier wären noch Dorfbewohner. Aber da läuft Tobi nicht hin. Tobi jetzt noch ein bisschen unter Bedrängnis. Aber Tobi hat die ganz klar deutlich größere Armee. Äh, wirtschaftlich holt er auf. Nur noch 5 Dorfbewohnerunterschied kann es natürlich viele Dorfbewohner auch töten. Damit gleicht das Tobi sehr gut aus. Und wir haben 2 Handelsposten und 2 Handelsposten. Also wirtschaftlich ist es jetzt absolut ausgeglichen mit dem Vorteil für Tobi, dass er einfach die größere, stärkere Armee hat und gerade mehr Armee rauspumpen kann. Ähm, da kommen auch die Hussaren noch von Tobi. Das sieht mir GG aus, würde ich behaupten. Das sieht mir GG aus. Tobi kann jetzt hier nochmal alles niederschlachten mit Hussaren. Also die Hussaren haben hier die Entscheidung gebracht für Felder Tobi. Und, ja, was habe ich euch gesagt? Ein, ein, ein Meisterwerk, was hier auf diese Bildfläche gebracht wurde, geleistet wurde von Felder Tobi. Was dieser Mann mit Kavallerie anstellt, das schafft keins weiter. Und das haben wir jetzt hier klar gesehen. Und damit geht das erste Game von 2 Games an Felder Tobi. Denn das Spiel ist aus, aus, aus. Tobi gewinnt mit den Portugiesen dieses Match gegen Agro Popcorn. Ein spannendes Spiel. Sehr intensiv, sehr interessant. Fights hin und her. Beide haben sich ganz hart und, ja, schwierig die Handelsposten geholt, die sehr entscheidend waren für Felder Tobi. Eine riskante Taktik. Wenig Dorfbewohner gehabt. Hat am Anfang sein Dorfzentrum verloren. Aber Felder Tobi hat am Ende das Ding nach Hause geholt. Und sich schon mal, ja, dieses eine wichtige Spiel geholt. Dass er auf jeden Fall einen Punkt sicher hat. Die Frage ist, wie geht das zweite Spiel aus? Vorher schauen wir in die Statistik. Meine Güte. Was für ein Match. Felder Tobi doch deutlich weiter vorne, als ich es eingeschätzt hatte, muss ich sagen. Er hatte doch längere Zeit wahrscheinlich die Handelsposten im Vergleich zu Agro Popcorn. Damit hatte er tatsächlich doch 7000 mehr Ressourcen. Das habe ich falsch eingeschätzt. Muss ich an der Stelle mal so sagen. Deutlich stärkere Wirtschaftslage für Felder Tobi. Obwohl er nicht das zweite Dorfzentrum hatte. Stellt euch mal vor, er hätte das zweite Dorfzentrum gehabt. Und hätte da noch mehr Dorfwohner rauspumpen können. Dann wäre er ja völlige Übermacht gewesen. Deswegen war es unfassbar wichtig für Agro Popcorn, dieses zweite Dorfzentrum zu vernichten. Wir sehen die Killzahlen für Tobi. Sehr stark. 271 Kills zu 118. Meine Güte. Das kam einem gar nicht so vor, dass Tobi dann so killmäßig so überlegen ist. Jetzt am Ende natürlich hat er viel gekillt. Aber jetzt schaut mal euch mal an. Bevölkerung doch verwundert. Aber Agro Popcorn eben lange Zeit immer deutlich vor Tobi. Hier hat er jetzt einige Verluste gehabt. Dementsprechend hier am Ende starke Abschwächung. Aber jetzt bin ich mal kurz gespannt. Rohstoffe gesammelt. Da war Agro Popcorn wirklich nur am Anfang hier vorne. Also die Handelsposten haben wirklich dafür gesorgt, dass Tobi ab Minute 8, 8.20 durchgängig vorne war. Obwohl Agro Popcorn zwischenzeitlich ein bis zwei Handelsposten eingerissen und sich selbst geholt hat, konnte er wirtschaftlich nicht wieder mit Feldherr Tobi gleichziehen. Sehr spannend. Sehr spannend auf jeden Fall. Bevölkerung, Militärinheiten. Da sehen wir Agro Popcorn am Anfang sehr aggressiv. Sehr stark. Hat Druck gemacht. Aber hat es halt nicht geschafft, Tobi hier völlig irgendwie wegzurushen. Dafür hatte dann Agro Popcorn auch zu wenig Armee. Tobi konnte im Midgame eine ordentlich große Armee aufbauen. Die hat aber Agro Popcorn gut niedergefeitet, dass beide wieder gleich viele Truppen hatten. Dadurch wurde es wieder spannend. Aber gegen Ende hat Tobi einfach durchgängig mehr Armee aufbauen können. Wir sehen das hier. Musketiere, Ambruchsschützen und vor allem Husare haben hier für die Entscheidung in der finalen Schlacht auch mit mehr Truppen gesorgt. Da hat Tobi auch von mehreren Zeiten sehr gut angegriffen. Es war ein exzellentes Spiel. Eine exzellente Meisterleistung. Ein, ja, durchaus schon legendäres Spiel, wie man es nennen kann. Äh, intensiv. Spannend. Und, äh, ja, es hat einfach Spaß gemacht, das zu kommentieren. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen. Äh, ich habe mich ein bisschen in Kommentierfreude geredet. Und natürlich gibt es auch noch ein zweites Spiel zwischen den beiden. Und das wird euch auch noch, äh, folgen. Das wird auch noch kommen als ein zweites Video. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst ein Like da auf jeden Fall. Für diese geile, äh, Unterhaltung, die uns Felder Tobi und Agro Popcorn hier geliefert haben. Props an die beiden. GG an die beiden. Und, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie, was haltet ihr von diesen Taktiken, die wir hier gesehen haben? Was haltet ihr von Felder Tobi, der so stark auf diese Handelsposten gegangen ist, auf dieser Karte? War es riskant oder war es der einzig richtige Weg? Ab in die Kommentare mit euren Diskussionen. Und, äh, dann schaut auf jeden Fall ins zweite Video rein, wo es, äh, ja, um das Rückspiel geht. Felder Tobi gegen Agro Popcorn. Die beiden Trainer mit neuen Mannschaften, mit neuen Nationen. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch alles Gute. Euer Gaius Julius Cäsar. Wünsche ich euch alles Gute.